jo hallo und herzlich willkommen zu einem video was mich gerade selber aufregt dass ich das machen muss. Thema unsere folgen von Minecraft Phantasia fallen die nächsten acht folgen komplett aus durch technische probleme mit meinem computer dadurch dass ich aufnehme gleichzeitig in einer bestimmten Auflösung aufnehmen wollte und gleichzeitig auf der server war mein computer scheinbar so dermaßen belastet dass gar nichts mehr geht und ein ruckelbild will ich euch nicht unbedingt gerade antun. Deshalb wird es heute an Abedacht nehmen wir eine folge auf für euch wo wir die acht folgen überfliegen kurz zeigen was wir in acht folgen gemacht haben und dann geht es ganz normal weiter. Stellt euch vor es wäre ein Livestream gewesen und gut, oder? Ja. Das ist das Einfachste für euch, bloß dass es kein Livestream gibt. Oder auf Wunsch von euch zuschauen tun wir die Map nochmal resetten. Dann fangen wir nochmal komplett von vorne an. Dann gibt es halt eine Folge 1 2.0 und dann geht es ganz normal weiter. Wenn ihr das gerne wünscht. Oder was sagst du dazu? Kann man nicht ändern. Alles klar. Dann war das die Mitteilung und ich hoffe man ist nicht gerade allzu sehr sauer darüber. Und dass die Folge ausfällt heute hast du gesagt? Naja die Folge 2 bis 8 fallen komplett aus. Aus technischen Gründen von meinem Computer. Ich habe es jetzt zwar aufgenommen aber... Wenn es klappt geht es morgen weiter. Genau wenn es klappt geht es morgen um 12 die nächste Folge. Ich habe jemanden hier der sich unbedingt mal mit diesen rendern und schneiden und YouTube hochladen und auseinandersetzen muss. Ich muss... Ne 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 das hat nichts mit wollen oder so zu tun. Du zwingst mich ja regerlich dazu. Ja ich kann ja nicht dafür wenn ich arbeiten muss gerade. Das war die letzte Zeit ziemlich einfach für mich Streams zu starten und aufzunehmen. Da ich krank geschrieben war. Und jetzt... Ja jetzt gibt es keine Ausflüchte mehr für mich. Jetzt muss ich ran. In dieser Folge... Trotzdem... Jetzt habe ich hier eine Maus und da nicht... Egal. Ähm... Trotzdem... Vielen Dank jetzt fürs Zuschauen und... Und anhören... Und Burschen... Um... 12 Uhr kommt die nächste Folge online. Wenn ich es hinkriege und nicht zu sehr kaputt bin. Und dann... Sehen wir weiter wie es geht. Vielen Dank und... Ciao. Und tschüss. Gut.